Fans des FCE aufgepasst! Jetzt unser Ergebnis gegen die Sportvereinigung Kreuterfürth tippen. Smartphone zücken? Auf lr-online.de slash energietipp gehen und zur Videowand schauen. Die LR verlost ein tolles FCE-Fanpaket. Und am Ende der Saison Karten für das DFB-Pokalfinale. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen informiert. Also rauf auf lr-online.de slash energietipp. Und am Ende der Saison Karten für das DFB-Pokalfinale.